Als wahres Genusslokal präsentiert sich die Café Bars Finanzamt in Bregenz. Der Betrieb ist nämlich ein beliebtes Restaurant, in dem von frühmorgens bis spätabends schmackhaftes für Ihren Gaumen serviert wird. Die qualitativ hochwertigen Menüs werden um köstliche Kuchen und leckeres Eis ergänzt. Auf der Getränkekarte finden Sie unter anderem klassische Cocktails, delikate Spirituosen, verschiedene Teesorten und Weine aus biologischem Anbau. In den gemütlich eingerichteten Räumlichkeiten werden regelmäßig Sportevents auf zwei Großbildschirmen gezeigt und bei Schönwetter können Sie entspannt die Sonne auf der Terrasse genießen. Die Gaststätte eignet sich darüber hinaus hervorragend für Feiern aller Art. Die Mitarbeiter der Café Bars Finanzamt organisieren außerdem Caterings bis zu 100 Personen. Auf diese Weise bleiben fast keine Wünsche offen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kaffee-bar-finanzamt.at